Ich bin der Berger Konrad, da in Groneck, Gemeinde Kramstedt. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit aktuell 70 Milchkühen plus Nachzucht. Also die Landwirtschaft ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Also ich bin so ganz klassisch aufgewachsen, von klein auf schon dabei gewesen und war klar, dass man das mal weiter macht. Der meiste Spaß macht mir eigentlich die Abwechslung, kann man sagen. Also immer verschiedene Sachen zu machen im Jahresablauf, vom Frühjahr, von der Bestellung von den Feldern, über die Ernte, vom Grünland und es wird nicht langweilig, auch wenn man viele Stunden arbeitet. Aber man macht es ja für sich und für seine Familie und ist dann egal, ob es noch Feierabend ist normalerweise oder nicht. Der Ballenauflöser, der erleichtert uns halt die Arbeit, die körperliche Arbeit und man ist halt einfach schneller und hat es einfach am richtigen Ort, wo man es dann braucht, also am Futtertisch schön verteilt. Eine gute Lösung, wo einfach die Arbeit erreicht hat. In der Landwirtschaft arbeiten wir ja mit der Natur und der Innennatur und man sieht es selber. Das ist einfach schön draußen zum Arbeiten. Wir sehen unså solve. Bis zum nächsten Mal. M Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020